Sonst können wir alles noch nicht Wieso kann ich mir eher Intelligenz holen als Stärke? Irgendwie komisch I don't understand SP Hm, was auch immer SP bedeutet Besiege schneller Ecoloch Ja, bestimmt Wie stellt die Frau sich das denn vor? General, ne? Hauptsache der General Was nur zuhause sitzen Zuhause sitzen, zuhause sitzen Zerstörungstränke Warum auch immer Schön Hm, du wieder Craft Ja, und mit dir kann ich nichts Craften, das ist doof Story Seelenrelikte Ja, gut entlohnen Pling, Pling, Pling Eisen, Ernst Das ist doch zumindest schön Tranklieferung Zerstörungstrank Und so weiter und so fort Geben Vita Seelenrelik geliefert Und etwas weiteres bekommen Herz des Irrlicht Herz des Irrlicht Habe ich das richtig gelesen? Äh Ja, das was hier Magie-Item-Craften Oder Handeln Was habe ich jetzt geholt? Da haben wir als Bodum gemacht Rüstung-Craften Ne, dann nicht Ach je Dup-dup-dup-dup Gemischtwarenladen Vielleicht finden wir hier auch noch etwas Oben auf der Minimap ist auch so ein Fragezeichen über den Laden Das heißt wohl hier kann ich etwas erledigen Zum Beispiel bei ihr, bei Clodark Ah, wieso müssen die so untereinander reden? Das zieht alles nur unnötig in die Länge Oh ja, sie liebt Fashion Gnoll-Mode-Freak Alles klar Gnoll oder Kobold? Ah, es ist zu spät, ich weiß es grad nicht Premium-Recruiten-Set abgeschlossen Ey, endlich Überhaupt keine Referenz, so wie der aussieht und was der gerade jetzt macht Der große Riley Magier So Dup-dup-dup Die Türe schlägt dir ins Gesicht Netter Mann Handel Strickset Schwarzpulver Pulver Saat Saat- Saat-Türing Sagen Wieso macht es rot? Rot heißt eigentlich immer Schaden bekommen Die Item-Klasse existiert nicht Aha Kobold-Helm Tasche Ähm Veteran-Gewand-Helm Wieso Wieso habe ich eigentlich noch keine Stiefel bekommen? Eine weitere gute Frage In der Schmiede In der Schmiede gibt es ein Ausrufezeichen Hier kann ich etwas abliefern Bei Aha Ja Unserer Meisterin Shayla Was kriegen wir jetzt wieder für was Schönes? Weiße Gnoll-Herzen Jaja Alles was dein Herz begehrt schätze geht Nicht Bloß nicht Gnoll-Hammer Gnoll-Keule Handwerker Da war ich gerade, ne? Sehr gut Gnoll T27 T27 Marktplatz Wieso war ich hier noch nicht? Oink Oink Alles klar En Schwagen Ich verpiß mich Omein Gott Der Magie Labor Laden hat wieder irgendetwas für mich Ach so, da ist gerade dieser Einstein Hingerannt Einstein Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man das nennt Zuckerstange Was man auch gerne mal so zu Weihnachtszeiten Vergibt Zuckerstange, ne? Das ist es, sehr wahrscheinlich Lazarius Nix, Nix Knollnagel Was ist das Rote immer? Was soll das? Ich verstehe nicht Weißes Knollherz Wollte die Shaila das nicht? Weiß, wir haben nur noch 14 davon Welch Schmach Und hier die Guten Magie Äh, Heiltränke Und die Hund ist Hundi Ach je Ja, und hier gibt's jetzt nichts weiteres Schade Ja, springen wir auch mal wieder Springen erleichtert die Seele Da muss ich gleich noch mal zur Schmiede Ja, da rede ich mit dem Tief Oh, ja, toll Jetzt kommt Claudeck auch hier rein Ja, kriege ich jetzt was? Weiterreden Story Bla, 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 bla Ein Bild Sehr schönes Bild Doktor und Fragen Alles klar Sagst du noch was? Was bringt dich zu mir? Hey, du hast auch eine Story? Man kann eine Person auf vielerlei Wege beurteilen Aber der präziseste ist es Ihre Gespräche zu analysieren Menschen die Rede gewandt In einer düsteren Tonsprechend Sind anständiger als Personen Die Umgangssprache verwenden Oh, jetzt wird also Die psychologische Kiste ausgepackt So, willkommen bei der Schmiede Ein Teilzeitjob Gutes Eisenerz Ich bezahle gut Glaube ich dir irgendwie nicht Du bist ein Hochstapler Du hast eine doofe Nase Ich mag dich nicht Frag Eislen nach Eisgekühlter Erdbeer Brandy Dann mache ich das Ist mal was anderes Dass wir hier jetzt nicht die ganze Zeit Kloppen, kloppen, kloppen Sondern hier auch mal Ein paar Quests erledigen Das ist so Ganz was anderes So, jetzt habe ich die danach gefragt, ne? Vielleicht kann Bryn Magie benutzen Um Eis zu machen Vielleicht könnte man auch einfach Eine Eskorte entsinden Man kann die Rüstung färben Ich will die Rüstung auch färben Wieso fällt mir das jetzt eigentlich erst auf Dass andere auch gefärbte Rüstung haben Ob ich etwas Eis machen kann Ja, kannst du etwas Eis machen Kannst du Eis machen Ich möchte gerne Eis von dir haben Bryn Hm Brill dir ein Herz Blab, blab, blab Irgendwie komme ich jetzt bei Bryn nicht weiter Questbug Oder was weiß ich Du, 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 du D, du, 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 du D, du, du, du Serafima Ein Hundilein. Jetzt will ich aber... Ach, die... Das gehört zu den Handschuhen. Diese Sklaven-Armbänder. Was auch immer. Wir sehen uns gleich wieder, nachdem uns diese 32er aus der Sicht gegangen sind. Dann sehen wir uns wieder. Und dann... klappen wir uns noch mal durch und hoffen, dass wir irgendwie mal was Neues finden oder dass wir uns weiter aufleveln und mehr Schaden machen. Und bum, bum, alles muss explodieren. Wisst ihr Bescheid? Bum, bam, alles Mögliche. Und irgendwann geht die Stadt drauf.